Prinzessin Eugenie zeigt zum ersten Mal ihr Baby Prinzessin Eugenie teilt Foto mit ihrem Mini Prinzessin Eugenie. 30 zeigt zum ersten Mal am 9. Februar kam ihr kleiner Sohn zur Welt. Jetzt präsentieren sie und ihr Ehemann Jack. 35 den Mini und verrät Fans und Followern auch die drei Vornamen des Nachbuchs. Es sahen Royal Fans einen anderen Namen hoch im Kurs. Wir wollten euch August Philipp Hoog Brooksbank vorstellen. Schreibt Eugenie zu ihrem Ende. Danke für eure wunderbaren Nachrichten. Unsere Herzen sind voller Liebe für dieses kleine Wesen. Das können Worte gar nicht. Wir sind so aufgeregt, euch diese Fotos zeigen zu können. Fans hatten zuvor noch vermutet, man habe den Namen Arthur Fehn aus der frischgebackene Wurst. Da Sarah vergessen hatte eine Instagram-Post abgesetzt, auf dem der Name zu sehen war. Kommt wurde dann überspecken wird, ob der Kleine von Prinzessin Eugenie und Ehemann Jack Brooksbank so heißen mag. Jetzt wissen wir, nein, man hat sich für drei andere Vornamen entschieden. Im Video, hier verlassen die frischgebackenen Royal-Eltern das Krankenhaus. Im Video, hier verlassen die shipwarte und Auge waren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020